Prinz Charming begeisterte im letzten Jahr die TV-Zuschauer. Bei der Datingshow suchte damals Nicolas Puschmann nach seinem Traumprinzen und fand ihn in Lars Töns Feuerborn. Nun soll es schon bald die zweite Staffel der Erfolgsshow geben. Und Prinz Charming heißt diesmal Alexander Schäfer. Auf Instagram begeistert der 29-jährige Marketing-Manager die Fans schon jetzt mit jeder Menge heißen Schnappschüssen. Im Interview mit RTL spricht der zukünftige Prinz über seine Vorfreude. Ich freue mich unnormal auf den Moment, in dem es endlich losgeht. Bin super gespannt darauf, wer dort in der Villa auf mich wartet. Und auch wir freuen uns jetzt schon auf die neue Staffel.